du machst eine studioaufnahme oder produziert musik für film fernsehen was auch immer werbung und wenn du dann noch deine musik mit cello musik veredeln möchtest dann melde dich bei mir ein vielseitiger cellist spiele gerne tonstudios aber auch auf der bühne ich komme aus süddeutschland bin aber flexibel bundesweit einsetzbar also ein interesses kontaktiere mich ich freue mich auf eine zusammenarbeit und 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 Untertitelung des ZDF, 2020